Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tates of Cisteria War es nicht klar wie Arsch auf einmal Es war so klar, es war so fucking klar, es war so fucking klar Übrigens haben wir ein T-Shirt gefunden und ja Wir sind in den... Wo sind wir nochmal verdammte Axt? Jeffress Ruin Und... Yo Wir erkunden jetzt gerade mal kurz die Gegend Und wollen nämlich jetzt ein paar Sequels erforschen Geh weg, du Arsch Geh weg, geh weg Dame ist Willen Perfekt, es kommen wir noch in Stufe Tifa Graftig, jetzt geht es um ein paar Pfeils Und jetzt ist das ... Und jetzt bitte ich hier, ich packe die Pfeil so daher wird das erstmal auch schmal erledigt das mit dem normen hier gibt es die quetsche ohne ende ich sehe es doch schon der show ring käsekuchen er freut sich jetzt ist käsekuchen schreibt die kommentare ich glaube mal nicht aber keine ahnung wie es aussieht überhaupt so ein käsekuchen ja drei drohen fuck it ja das schwingt sorry auch gleich mal sein schwert aus aggression und jetzt feuer bevor ich eigentlich gesagt habe es heute wind benutzen ja dort nie auf mich da ist doch was was ist das der wilde iris steineck guck wir uns den mal an was das ist das ist das ist Ja, für so viele Shepherds zu existieren, du brauchst du mit den 5 lords. Ja, aber lass uns die Spekulation auf das für jetzt. So lange als wir gappen, Lila ist da drin. Oops, sorry, ich vergesst. Na, wir haben unsere erste Ziel. Na, es wäre schön, wenn wir uns in der Zeit zu unterscheiden, bevor das Ort wurde ransackt. Aber es scheint, dass es ein lange Zeit passiert. Da gibt es eigentlich etwas, was ich über das Gefühl habe. Du denkst nicht, dass die Steine und Decoraten, die von hier auszucht wurden, vielleicht wurden in der Architektur von Pendrago? Es ist möglich, given die Location und die Ära. Genau, und wenn wir wissen, wo sie wurden, dann können wir die historische Geschichte von Pendrago finden. Wenn wir mit Ladylake verwendet haben, die die Vivia Subterranean Aquaducten verwendet haben, dann können wir finden, was die Leute in der Ära waren. Das klingt toll! Gut, Mikleo! Und das ist nicht alles. Wenn wir auf unsere heutige Hypothesis entwickeln. Hang auf! Ich verstehe, was so großartig ist. Aber sie sind so enthused. Friggen-weirdos. Ich glaube, ich bin der Klone wieder. Nein, nein! Das war ein Lied von Präise! Für den wirklichen König der Ruin-Geeks! Viva der Ruin-Geek Shepard! Was für ein Shepard ist das? Ich glaube nicht, dass ich es nie gehört habe. Das macht Sarray der erste. Keine Objektionen? Ich glaube. Was? Das viel lebt noch! Das viel lebt noch! Das viel lebt tatsächlich noch! Und das töten wir noch flott! Dann nutzen wir den Teleporter! Vorher töte ich das Biest! Level 36! So! 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 Weg! Weck! Weck! Attacke! Der hat schon mal 3000 verloren! Du workst! Stöp! Attacke! Der für mich Now come Attacker Come Komm her Oh, eine Attacke Komm schon, der stirbt gleich Warum stirbt der, ne? Ist es Weibring? Okay, nicht mehr viel Ich will was ausprobieren Alter Perfekt Damit haben wir wie ein Biss gekillt Erstmal speichern So Dann gehen wir nochmal zurück zu den Gavecrascreen Da ist jemand Camelot Brücke Aber, aber, aber Da kommen wir doch gar nicht hin Die Brücke ist doch von Bosheit Damit Und Die Brücke ist doch Dann gehen wir doch Das ist doch Was ist doch Und Das ist doch Das ist doch Das ist doch Das ist doch Ich bin Was will Maven da machen? Er kommt doch gar nicht weiter, da ist... Da ist zu viel Bewusstheit. Oder müssen wir da durchlaufen? Aber da haben wir doch was. Ein neues Ziel. Gespeichert. Ich versuch's an mein Big Leo. Mal sehen, was da rauskommt. Yes. Perfekt. Alter. Komm. Du Scheiße. Komm. Komm Yes Oder mit den Die haben auch nicht vier Komm 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 Wir brauchen eine mystische Artis jetzt Erstmal abhauen Und Attacke Komm her Wir können die mystische Artis benutzen Für mich aber das DLC aktivieren Wenn ich das DLC dazu aktiviere Dann könnte ich mit Cleo eine mystische Artis beibringen Aber ich würde es wirklich nur im höchsten Notfall benutzen Wenn wir keine einzige Wahl haben Nur wenn wirklich mal ein Notfall ist, dann würde ich das DLC einspielen Ich bin Komm her Ich habe das schon Ich habe das schon So Wer ist da noch drin? Los Attacke Das schaffen wir Meglio gibt mir auf Attacke Jetzt zu dir Komm her Alter Ist die Fee Harneckig Die Elfe So Verteidigung Auch von der Bauen Die haben schon was drauf Wir brauchen Ein Pfirsichgummi Da ist er ja Jetzt zu dir Und Attacke Verteidigung Aufbauen Holen wir den uns Wir müssen uns heilen Komm her Komm her Verdammt Angriff Angriff Die haben auch was drauf Die haben auch was drauf Das mal wegrennen Dann holen Jetzt ist hier erstmal holen So Beide Zonen Das ist eine coole Idee Und Angriff Okay, komm her Die haben eigentlich so viel drauf, diese Viecher Komm Ja Ja, sie haben's geschafft Ja, sie haben's geschafft Es war schwer, nicht wahr? Sorry, dass wir zu viel von den Schmerzen 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 Oh mein Gott Du hast alles Für alles Für alles Stop das! Schmerzen 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 Ihr könnt euch schon in den Kommentaren Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin Emerald Kontroll